Schick das Gestern in die Wüste, wenn Du das heute genießen willst. Die zwölf Sternzeichen pflegen einen recht unterschiedlichen Zugang zu ihrer Vergangenheit. Einige schütteln nach dem Sturz vom Pferd einfach den Staub ab und reiten weiter. Wieder andere hadern und leiden bis zu einer Träglichkeit mit alten Geschichten. Und wieder andere schleppen die Geister der Vergangenheit wie ein Stück Handgepäck dauernd mit sich mit. Trennungsschmerz inklusive. Dieses zögerliche Loslassen ist zutiefst menschlich und fällt niemandem so richtig leicht. Die Sterne raten uns jedoch dazu, lieber nach vorne als zurückzublicken. Besonders vier Tierkreiszeichen werden demnächst spüren, dass das Festhalten am Gestern sie absolut nicht weiterbringen wird. Wer dazu angehalten ist, dringend Frieden mit seiner Vergangenheit zu schließen, das verraten wir Dir in unserem heutigen Podcast. Wenn Du noch nicht Teil unserer großartigen Gemeinschaft bist, dann laden wir Dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Die Widder sind erfolgsverwöhnt und riskieren notfalls schon mal Kopf und Kragen, nur um das zu bekommen, was sie sich vornehmen. Trotzdem passiert es sogar diesem ambitionierten Sternzeichen oft, dass nicht alles wunschgemäß in Erfüllung geht. Beruf und Privatleben, beide Bereiche waren letztens für die Widder mehr ein Schlachtfeld als eine Blumenwiese. Es gibt einige Niederlagen zu verkraften und der Widder wäre liebend gerne das weitwundene Tier, das sich zum Lecken seiner Wunden von der Welt zurückzieht. Allerdings sieht das Erwachsenenleben solche Auszeiten nicht vor. Auch der Widder täte gut daran, es einfach gut sein zu lassen. Niemand kann immer gewinnen und sich deshalb auf ewig als Vogelstrauß zu betätigen, bringt niemanden weiter. Die Leidenschaft und Emotionalität, die für die Widdergeborenen ganz typisch ist, wird ihnen leider manchmal zum Verhängnis. Gerade private Rückschläge verdaut diese Sternzeichen alles andere als gut. Der Widder nimmt vieles persönlich, was andere Menschen nicht einmal ein Lächeln kostet. Daher wird es demnächst definitiv Zeit dafür, mit der Vergangenheit ein für allemal abzuschließen. Nummer 2 Stier Fehler sind zum Machen da Auch der perfekte und umsichtige Stier muss dann und wann erkennen, dass er nicht alles kontrollieren kann. Er hat in letzter Zeit eine regelrechte Pechsträhne erdulden müssen, jedenfalls für seine anspruchsvollen Verhältnisse. Nichts scheint ihm mehr gelingen zu wollen, und alle Menschen haben sich augenscheinlich gegen ihn verschworen. Dabei vergisst der Stier, wie makellos seine Erfolgsbilanz üblicherweise ist. Das eine oder andere Missgeschick, das ihm derzeit den Schlaf raubt und die Lebensfreude trübt, verbuchen andere Sternzeichen einfach unter Shit Happens. Nicht der Stier. Jeder Fehler, der ihm passiert, wird doppelt und dreifach analysiert. Dabei liegt ja gerade hier der Charme des Scheiterns. Wir lernen aus jedem einzigen Malheur zehnmal mehr als aus unseren Gipfelsiegen. Sobald der Stier erkennt, dass er einfach nur seine Lektionen lernen und seine Schlüsse für die Zukunft daraus ziehen muss, kann es auch schon wieder weitergehen für ihn. Jede Bruchlandung bietet uns ungeahnte Chancen, es in Zukunft besser zu machen. Jetzt sieht der Stier nur seinen schlechten Lauf. Dass es anschließend nur mehr aufwärts gehen kann, sieht er noch nicht. Einen ganz typischen Fehler in Sachen Lebensführung begehen die Jungfrauen zur Zeit. Es ist ganz und charakteristisch für ordnungsliebende und planvolle Menschen, dass sie Fehler einfach nicht auf sich beruhen lassen können. Und die eigenen am allerwenigsten. Die Jungfrau hadert im Moment mit einem kleinen Lapsus, der ihr tatsächlich einmal unterlaufen ist. Und diese schlechte Performance dreht ihr nun in Gedanken ständig einen Strick. Wären das Büßergewand und die Dornenkrone noch in Mode, die Jungfrau würde keine Sekunde lang zögern, um sich ganz und gar der Reue zu verschreiben. Innerlich könnte sie jedenfalls immer noch aus der Haut fahren, wenn sie an diese eine Sache denkt. Die vielen hundert anderen Dinge, die diese Sternzeichen gerade mal eben so im Vorübergehen schaukelt, die sieht sie gar nicht mehr. Alles ist nur mehr auf diesen einen Moment der Schwäche ausgerichtet. Liebe Jungfrauen, wir verraten euch jetzt ein Geheimnis, das eigentlich schon lange keines mehr sein sollte. Reue ist ein nutzloses Gefühl. Sich in Selbstvorwürfen zu sohlen, bringt niemandem auf dieser Welt irgendetwas. Und euch selbst schon gar nicht. Weiter jedenfalls kein Stück. Nummer 4 Skorpion Schmerz ist in Ordnung, ewiges Leiden ist es nicht. Auch der Skorpion tut sich ausnehmend schwer damit, wenn ihm einmal etwas misslungen oder entgangen ist. Besonders negative Erfahrungen mit Menschen sind etwas, das ihm sehr, sehr lange zu denken gibt. Privat wie beruflich schmerzen ihn Betrug und Täuschung wie kaum eine andere Niederlage. Der Skorpion nimmt solche Dinge persönlich. Er bezieht alles, was in seinem Umfeld an Negativität und Enttäuschung vor sich geht, auf seine Person. Das kann auf Dauer nicht gesund sein und ein glückliches Leben ist damit garantiert verbaut. Die intensive Gefühlswelt der Skorpiongeborenen zeichnet sie aus. In ihrem Herzen ist kein Platz für Oberflächliches oder Banales. Doch das Leben muss nicht unbedingt so schwer sein. Wer weitermachen und weiterkommen will, muss solche Niederlagen hinter sich lassen. Nicht alle Menschen sind schlecht und wollen dem Skorpion wehtun, auch wenn es ihm im Moment so vorkommen mag. Den Schmerz zuzulassen ist in Ordnung, gewinnen darf er nicht. Unser heutiges Fazit Wenn die Vergangenheit ruft, hör nicht hin. Sie hat nichts Neues zu berichten. Alles, was Schnee von gestern ist, darf Dich heute nicht länger tangieren. Du kannst an diesen Ereignissen nichts mehr ändern. Und es nützt niemandem etwas, wenn Du Dich ihretwegen schlecht fühlst und innerlich zerfleischt. Die Vergangenheit kann wieder sprichwörtliche Klotz am Bein für uns sein. Sie lähmt uns, hindert uns am Vorwärtskommen und tut hauptsächlich weh, und zwar jedes Mal, wenn wir an sie denken müssen. Schließ ab mit diesen Kapiteln Deines Lebens. Witter, Stier, Jungfrau und Skorpion sind aus Sicht der Sterne ganz besonders dazu angehalten. Sie werden in nächster Zeit einen Schlussstrich ziehen müssen, wenn sie einen Neubeginn begrüßen wollen. Es stimmt, dass es keine Zukunft ohne Vergangenheit geben kann. Wer nicht weiß, woher er kommt, wird auch nicht in Erfahrung bringen, wo das Leben ihn hinführt. Aber belassen darf uns diese Zeit nicht. Ihre das Gestern aber lassen nicht zu, dass es Dir das Heute und das Morgen verbaut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald! Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!